Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Aubame und Gabriel am Start und zwar mit dem zweiten Daterkampf im IU und dieses Mal haben wir hier den guten Razor gegen Bene, die gegeneinander antreten und ich würde sagen, wir machen es einfach so wie gestern, lassen die beiden Kommentatoren einfach mal ihre Analyse machen und sobald dann der Kampf startet, werde ich mal meine Analyse dann preisgeben, genau, so. Hallo und herzlich willkommen meine Freunde hier beim Datereröffnungsturnier. Wir sehen hier heute einen hoffentlich grandiosen IU-Kampf zwischen dem lieben Razor und dem noch lieblieren Bene und ja, ich habe hier den allerliebsten Co-Kommentoren dabei, den guten Steve Parker. Dankeschön, ich freue mich, ich freue mich. Vor allen Dingen, ich bin kein großer Mensch des RUs und ich hoffe, dass ich heute einiges lernen werde, auf jeden Fall zwei sehr bekannte Spieler, die sich hoffentlich gut vorbereitet haben. Der gute Razor, sollte man kennen, der gute Bene, Full-Life-Games, Full-Time-Games, Full-Life-Games, einfach Full-Life-Games, jetzt weiß ich es wieder. Lässt sich auf keinen Fall lumpen, ist, glaube ich, in allen Tiers mehr oder weniger einer der besten Spieler, wie ich das immer gehört habe, jedenfalls in der deutschen Szene, das heißt, ich bin gespannt, was uns heute gezeigt wird. Definitiv, also Bene hat auf jeden Fall kein Full-Lolz-Team dabei, weil er sich ein paar ziemlich gute Threads aus dem IU-Tier rausgepickt hat, er hat ein Tour-Talk dabei, was einfach nur als Mega-Pokémon IU so geil ist, weil du alles mit diesen schönen Step-Moves treffen kannst. Step natürlich in Anführungsstrichen durch die geile Fähigkeit. Ich habe vor kurzem nur eine kleine Viability-Liste angesehen, das Tour-Talk schon seit Ewigkeiten, glaube ich, esst hier, was einfach, es hat die Coverage des Todes, den Balk des Todes, es ist einfach, es ist einfach gut. Und es gibt einfach so wenig gute Antworten im Tier, was man in den Tour-Talk reinschicken kann, weil es eben diese Coverage hat und dieses Damage-Potenzial durch die Fähigkeit insofern. Wir sehen es auch auf beiden Seiten, also da kann man, glaube ich, schon erkennen, dass es ein gewisses Potenzial mit sich bringt. Dann haben wir einen Brigaron beim Bene, was natürlich als Spike-Stacker ein volluminantes Pokémon ist und es ist eine der wenigen Antworten, die es wirklich auf gegnerische Dinos mit Kopfstoß gibt, wie ich es jetzt einfach mal ausspreche. Natürlich das gegnerische, wie heißt es noch gleich? Munagoras. Munagoras, genau, mit Choice Band, was wir beim Razer sehen. Eine ähnliche Rolle kann natürlich auch das, warte, Bronzong, es heißt nicht Klingklang, Christoph, es heißt Bronzong. Nein, 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 Bronzong ist schon richtig, ist genau der englische Name. Es ist verrückt, in welchem Universum befinden wir uns, dass ich anderen Leuten deutschen Namen sagen muss. Das ist eine völlig umgekehrte Welt, bizarro-Welt ist das. Unglaublich. Ich finde Klingklang eigentlich einen sympathischen Namen. Klingklang gibt es ja schon, das ist dieses Zahnrad-Pokémon. Klingklang hat wahrscheinlich dann die Stealth Rocks dabei, beim lieben Bene. Und ja, das natürlich jetzt mit Spikes und Stealth Rocks ergänzt durch das gegnerische Tanatoras, haben wir gesagt, heißt es. Genau. Shell Smash am Start, wir haben ein Gardevoir, was mit Choice Specs oder Choice Scarf gespielt werden kann. Was sich natürlich auch freut, wenn Switches irgendwo geforst werden. Und ein möglicherweise Nasty Plot oder aber auch Sub-Disable. Salazar? Also, erste Stelle, man spielt keinen Specs Rosarade. Das ist, nein, nein. Es gibt, wie gesagt, habe ich gestern auch schon erwähnt, es gibt zwei Sets, Z und Life Orb. Und das eventuelle Black Sludge Set noch, aber das spielt dann wirklich die Double Spikes, einfach als Hazard Control. Aber, nein, Specs ist einfach, nein, nein, kein Ding. Salazar, LP, Amphira, Amphira auf Deutsch und Selesel auf Englisch. Selesel, richtig. Ich bin einfach mega stolz auf mich gerade. So, und alles, was du gerade über Bene's Team gesagt hast, Copy, Paste nutzen wir jetzt einfach auf Razor's Team, weil die Hälfte ist schon mal gleich. Wir haben Bronzong, wir haben Turtok und wir haben Gardevoir. Wahrscheinlich in sehr, sehr ähnlichen Rollen. Monagoras, sag ich mal, das Äquivalent zu Tanatoras. Beide Setup-Möglichkeiten, beides mit Kleinsprogramm können also sehr, sehr gut die Win-Condition am Ende sein, wenn sich irgendwo die Gelegenheit für ein kleines Setup bietet. Also, hier an der Stelle, man kann natürlich eventuell ein Tyrantium mit Setup spielen, mit Dragon Dance. Das ist definitiv möglich, aber das mit Tanatora zu vergleichen ist auf keinen Fall, auf keinen Fall gerechtfertigt. Tanatora ist ein Cleaner, beziehungsweise ein Sweeper, eher gesagt, während Tyrantium definitiv nicht sweepen wird. Die einzige Möglichkeit, wie Tyrantium sweepen kann, ist zwar ähnlich mit sie, aber normalerweise ist das Choice Bandit oder das Choice Scarfstead einfach besser, weil Tyrantium einfach entweder ein Sweeper oder ein Breaker ist, aber nicht beides, während Tanatora durch den Shell Smash immer beides ist. Natürlich gibt es bei Tanatora natürlich die eine Runde Setup, die es braucht, aber ja, aber ich würde sagen, sie machen eine, sie machen theoretisch das Beide, aber sie sind komplett anders. Von dem her muss ich da auch widersprechen. Rose Rade, sozusagen das Brigaron des kleinen Mannes, des sexy Mannes vor allen Dingen, also auch hier die Möglichkeit, Stachler rauszulegen und Amphira und Nighthales, Vulnona, Vulnona teilen sich auch vielleicht ein ganz kleines bisschen die Rolle, Vulnona wahrscheinlich ein bisschen offensiver, Amphira kann vielleicht ein paar kleine Tricks noch mit reinbringen, kann vor allen Dingen sowas wie Bronzong toxinisieren, was wir vielleicht heute sehen werden durch die großartige Fähigkeit. Ach, Selesl, okay, jetzt was. Vulnona darf man nicht unterschätzen, kann ebenfalls mit dem Renkeschmied arbeiten, er holt dazu auch noch die Sonne raus, wird also den Schaden weiter maximieren. Man muss halt gucken, dass man sich nicht mehr Nachteil des Vorteils schafft, denn Wasserattacken von Turdok zum Beispiel werden geschwächt und Bronzong wird von gegnerischen Feuerattacken, wenn sowas wie Kraftresilfeuer oder so gespielt wird oder von Amphira eben, kann das schon brutal werden. Aber definitiv. Ich finde diese Wechselwirkung ganz spannend zwischen einem möglicherweise Specs Modest Overheat von dem Razers Vulnona, was da nun wirklich jedes Pokémon zerreißt. Ob das jetzt ein Turdok oder ein Selesl ist, ganz egal. Was dann aber auf der anderen Seite dem Tanatora von Bene wieder ein Setup ermöglicht, was der Razer auch nicht so richtig geil abfangen kann. Also, ihr habt gerade schon gesehen, wie ich mein Gesicht verzogen habe. Specs ja, Modest nein. Niemand spielt Modest Vulnona. Ja, das ist einfach, das tut weh. Das tut wirklich weh, dass hier Modest Vulnona als tatsächlich Argument gesagt wird. Nein, man will bei Vulnona, weil es ja auch nicht den besten Bullcut hat, definitiv immer die Plus-Beat-Nature spielen. Modest wäre eventuell möglich auf Choice Gaffern, aber selbst auf Choice Gaff Vulnona, aber erstens ist das nicht Meta. Es ist ein sehr, sehr starkes Fringe-Set, was ich nicht glaube, dass irgendjemand die spielt, vor allem damals nicht. Und selbst dann will man noch sowas wie Flygon outspeeden, damit man mit einer HP Ice oder sowas agieren kann. Also, nein, nein, definitiv nicht. Sobald er seinen Bronzong ein bisschen Schaden fressen lässt, da bin ich mal sehr gespannt, wie die beiden das handeln. Jetzt, wo du es sagst, eigentlich ist Vulnona in diesem Matchup wirklich fantastisch, weil es kann ja auch noch mit dem Solarstrahl, zum Beispiel das gegnerische Turtok ziemlich gut treffen. Also, ich glaube, wenn da ein Ränkelschmied einmal durchkommt, Turtok wird das nicht gut überstehen. Brigaron nicht, Bronzong nicht. Potenziell gibt es eine Wasserdüse von dem Tanatora, wer weiß, aber das könnte problematisch werden. Da muss Bena auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Also, auf jeden Fall ein sehr... Also, da verschlucke ich mich gleich. Don't quote me on that, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass Tanatora keine Wasserdüse kann. Also, nein. Also, ansonsten würde man das doch spielen als Revenger. Ich bin mir wirklich ziemlich, ziemlich sicher. Tanatora kann keine Wasserdüse. Sehr schön ausgeglichenes Matchup, weil sich vieles so ein bisschen entdeckt. Das heißt, der, der den glühen Kopf bewahrt oder das Feuer im Herzen auflorden lässt, der wird hier, glaube ich, so die Oberhand behalten. Ich würde gerade sagen. Und ich glaube, ich bin genauso gespannt wie du. Deswegen würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt in das Battle rein. Let's go! Okay, da habe ich den Drücker gehört, dass es dann gleich der Kampf anfängt. Ähm, ja. Womit fangen wir denn an? Also, als erstes, was ich anmerken muss, ist, das, was ich gestern übersehen habe, ist, dass der Battle am 06.11.2018 war. Und das hätte ich spätestens dann gesehen heute, als ich das Brigadon gesehen habe. Brigadon ist nämlich schon seit geraumer Zeit im Juju. Seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Äh, ich glaube, oh, da müsste ich jetzt, glaube ich, lügen. Ich denke, der ist zeitgleich mit Gleiger hochgegangen, wenn nicht sogar schon früher. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her, dass, äh, das Ding unten war. Und dann versuche ich mich einfach mal in die Zeit rein zu versetzen. Ähm, viel sollte sich nicht geändert haben. Ähm, aber schauen wir mal. Okay, äh, fangen wir doch mal mit dem Team vom guten Timo an. Er hat Bronzong, Megaturtog, Vulnona, Brigadon, Rosarade und Gardevoir. Ich denke, dass Gardevoir ist definitiv das einfachste, äh, hier zu beschreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vom Teambild her, äh, Specs, äh, ne. Specs oder Scarf ist. Obwohl es tatsächlich eher, äh, dazu dient, dass es als Scarfer, äh, ja, genommen wird, weil es einfach schneller ist als eine Vielzahl an Mons. Es kann Selezal Revengen, es kann, es kann Viridium Revengen, es kann, äh, es kann zum Beispiel auch Neuvern Revengen. Es kann einfach sehr, sehr viel. Es kann auch Saigard Revengen. Ähm, es kann sehr, sehr viel fungieren. Damals, als Mega Gewalt noch nicht im Tier war, ähm, war es auch der beste Scarfer bei weitem. Man hat auf jedem zweiten Team effektiv, äh, Scarf Gardevoir gesehen. Ich übertreibe es natürlich ein bisschen, aber, ähm, ich glaube, das hatte wirklich 30% Usage oder so das Ding. Äh, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall sehr, im High-Level-Play war es sehr, sehr oft vorhanden. Ähm, weil es einfach super war mit, äh, mit Psy-Shock, Moonblast, Focusblast, Healing Wish, Go, All-Out-Set. Eventuell ist der Focusblast auch mal durch Trick ersetzt worden, aber der Healing Wish und der Double-Step war einfach viel, viel zu gut, äh, um darauf zu passen. Ähm, genau. Dann Rosarade, Rosarade wird wahrscheinlich, also, dass es ein Spiking-Rosarade sein wird, daran zweifle ich nicht. Äh, ich würde halt auch sagen, momentan dadurch, dass wir auch das Ninetales sehen, würde ich tatsächlich eher zu Live-Up tendieren, ähm, weil ich denke, dass das Ninetales eher mit dem, mit dem Fireium-Z gespielt wird, als wirklich Specs. Klar, Specs wäre auch eine Option, aber ich denke, die beiden werden sich nicht viel nehmen. Also, es hat, es gibt effektiv beim guten Team-O2-Z-User eventuell drei. Es gibt Tyrantrum, es gibt Rosarade und es gibt Ninetales. Und, äh, ich denke nicht, dass das Tyrantrum, äh, das Tyrantrum den Z trägt mit der Team-Composition. Ähm, ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen, aber ich sehe das definitiv bei entweder Rosarade oder Ninetales. Ähm, obwohl ich bei Rosarade eben eher, ich glaube, ich würde sogar eher noch ein Black-Sludge-Set mit Double-Spike sehen als, äh, 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 als Hazard-Removal, als jetzt, äh, wirklich noch ein Z-Set auf dem Rosarade. Obwohl man eventuell, also, man sieht ja noch, äh, dass Brigeron im Set ist. Und, äh, damals hat man Occasionally, der Hauptgrund, warum man damals als die Rosarade gespielt hat, war, dass man mit der Z-Sludge-Bomb ein Brigeron K.O.'n konnte, weil Brigeron normalerweise ein relativ freer Switching war. Aber das Gleiche hat man dann später auch gemerkt, dass man auch mit einer HP-Fire den 2-It-K.O. erzielen konnte und Brigeron, ähm, dem guten Rosarade nichts kann. Von dem her hat sich das Ganze dann ein bisschen aufgehoben. Ähm, wird Barshanier der Time-Period sein, es könnte aber theoretisch beides sein. Ähm, die Tag damals, als Brigeron drin war, äh, für Rosarade, dass es das touchen kann, war auf jeden Fall ein Muss. Ähm, weil Brigeron ansonsten drei, äh, Lega-Stachler gegen dich aufbekommen hat. Ähm, und ihr euch beide dann effektiv angeschaut habt, dann habt ihr euch drei, drei Lagen Stachler und dann ist, äh, Blastoise rein, hat die wieder removed und so weiter oder Defogger und war schrecklich. Ähm, war, war eine ganz schreckliche Zeitarre damals. Von dem her, ja, haben wir ja gestern schon gesagt. Das Tyrantium wird probably, äh, ich glaube, auf der Team-Composition würde ich eher Bandit sehen. Ähm, als Choice Scarf. Er könnte natürlich Double Scarf spielen, äh, was definitiv ganz okay wäre, aber ich sehe eher den Band. Ähm, ich denke, wenn, äh, das Tyrantium oder Guardia war einer von den beiden ein Safe Scarf ist. Also sicher, sicher, sicher. Ähm, und dass die beiden dann halt der eine Band und der andere Speck sein wird. Ja, also je nachdem, wer es ist, äh, Gardevoir und Tyrantium sind auf jeden Fall Choice, würde ich sagen. Und ansonsten braucht man ja nicht wirklich mehr als Head Smash, Dragon Claw, Outrage und EQ. Eventuell, occasionally noch die Superpower oder den Crunch, äh, über der Dragon Claw. Ähm, ich spiele die persönlich gerne. Andere Leute bleiben bei ihr oder Outrage und das war's. Ich hasse es, mich zu locken, aber das ist meine persönliche Präferenz. Ähm, aber 90% drückt man eh Head Smash mit dem Ding, also ist eh egal. Ähm, ja, genau. Also von dem her, wie gesagt, einer von den beiden wird der Breaker sein. Ich tippe drauf, dass es Tyrantium sein wird und Scarf Guardia war, weil Scarf Guardia einfach zu gut ist, weil du eben den Speed auch mit dem Healing Wish gut abusen kannst. Dann wird das, äh, wohl Nona, habe ich ja schon erwähnt, definitiv einen, äh, Feurium Z tragen, eventuell auch mal den, äh, den Grassium Z. Allerdings braucht den, äh, das wohl Nona nicht, da es eben mit der Dürre, die, äh, den Nona-Strahl auch schon so einsetzen kann. Und dem her, ja, äh, Fire Blast, Fire Blast, Nasty Plot, äh, Solar Beam und, ne, HP Ice oder eine Psy Shock, äh, als letzter Move. Meistens wird die HP Ice gerannt, äh, einfach um die ganzen Dragons, die ansonsten vollkommen free in das Volnona mit, äh, ja, mit der, mit der Feuer-Gras-Coverage, äh, rein switchen, dass die dann auch gepanisch werden. Ja, Blastoy sollte bei beiden eigentlich, das nehme ich jetzt mal schon vorweg, bei beiden eigentlich, ähm, dadurch, dass eben Bronze und Feind ist, als Cloister-Check, Max-Speed sein, Standard-Set. Ich denke nicht, dass irgendeiner von den beiden Waterpuls spielt. Ähm, vor allem Timo, Timo auf keinen Fall, weil Waterpuls mit, äh, mit der Dürre natürlich in, äh, in, äh, in Anti-Synergie steht. Von dem her glaube ich, dass eher weniger. Und, äh, ja, dann haben wir am Schluss noch das Bronzong. Ich denke, das wird auch der Standard-Bronzong sein. Spidev, äh, probably Leftovers, äh, ja, mit demgleichen, was ich gestern gesagt habe. Toxic Protect, äh, Psy Wave und, Toxic, Toxic Protect, Psy Wave, äh, Stealthrock, genau. Ähm, damals als Briggeron im Tier war, hat man auch ab und zu mal die Psygec gespielt, um eben das Ding zu treffen. Gyro Ball war damals, verwundert mich deswegen noch mehr, dass es die beiden gestern gespielt haben. Gyro Ball war damals, äh, beziehungsweise, dass er lauter gespielt hat, ein No-Go, eben weil Briggeron noch im Tier war. Du hast dann ansonsten das Toxic gehabt, aber meistens war Briggeron gepaert mit einem Heal-Beller, beziehungsweise mit einem Aromatherapy-User, weil er Florgis zum Beispiel im Tier ist, ähm, und, war, war, war kritisch, war kritisch. Und, äh, sowas wie Milothek hat natürlich auch Refresh gerannt. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise musste man das anschippen und ansonsten hat das Bronzion immer verloren. Also, war kritisch. Man hat ab und zu die Psygec gerannt, das war aber damals auch nur, weil Briggeron und Veridium im Tier waren. Ähm, und beide hat man eigentlich auch relativ gut durch Psygec getroffen, während Briggeron zum Beispiel immun gegen den, gegen den Gyro Ball war und Veridium halt eben mehr Damage da gibt's dazu genommen hat. Aber das Beste zwischendig war immer noch Psywave, Psywave, Bronzion ist immer noch bei Weitem das beste Bronzion. Aber ich glaube, damals war das noch nicht wirklich so eingeführt, äh, wenn ich das alles noch richtig im Kopf hab. Äh, das ist alles erst ein bisschen später gekommen, wenn ich noch richtig liege von dem her. Äh, würde ich eher auf Psygec tippen, aber Psywave, äh, könnte natürlich definitiv auch schon gewesen sein. Da hab ich grad die Zeit nicht mehr richtig im Kopf. Ja, dann, äh, beim guten Bene haben wir natürlich auch Turtok, äh, Brigaron, Bronzion, Tanatora, Zelesel und Gardevoir. Ähm, ja, bei Bene ist es definitiv noch viel, viel einfacher von der Teamkomp. Das ist, äh, auf jeden Fall ein, ein, ein Mega-Blastoise. Ich denke, man wird, äh, schauen können, ob der Outer Sphäre hat oder ob er lieber, äh, den Waterpulse spielt oder die Skull sogar. Äh, hat man damals noch gemacht. Eventuell hat man sogar die Hinterhydropumpe gespielt. Bei Bene könnte ich das sehr, sehr gut sehen, weil die Outer Sphäre ja in erster Linie dafür Snorlax da ist. Und gegen Snorlax hat er eigentlich sein Brigaron, was da definitiv mit dem Drain Punch auch sehr, sehr guten Schaden machen kann. Äh, das Brigaron. Ich denke, Bene will hier ein Balance-Team spielen. Aber wir können uns auch debaten. Ähm, das Standard-Brigaron-Set war damals, so, jetzt muss ich mich nochmal, jetzt muss ich mich nochmal damals reinsetzen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man damals Seed Bomb plus Drain Punch gespielt hat. Dann die Leech Seed und am Schluss noch den Stachler. Ähm, ab und zu hat man auch nur Drain Punch oder Seed Bomb gespielt, um dann noch die Synthese zu spielen. Aber, occasionally, war auch mal der Spiky Shield drauf. Ähm, occasionally, aber wirklich sehr, sehr selten. Äh, den hat man eigentlich eher nicht gespielt auf dem Brigaron. Ähm, die Rolle hat man dann dem anderen Mon überlassen. Vor allem nicht auf Balance. Ähm, ja, das wäre definitiv eine Möglichkeit. Optional könnte der natürlich auch Sub-Belly Drum mit der Selleckberry sein. Das, ähm, muss man definitiv im Kopf behalten. Das war am Schluss, ähm, im A.U. das beste Brigaron-Set. Bei weitem, weil Sub-Selleck eben so großes, äh, Sweep-Potenzial hatte und man auch nicht mit einem offensiven, äh, offensiven Brigaron gerechnet hat damals. Deswegen würde ich das auch noch nicht ganz ausschließen. Weil der Teamkomp sieht für mich eher defensiv aus. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, er sollte auf jeden Fall scouten können. Er sollte auf jeden Fall, ähm, der Timo ausgehen, dass es ein offensives ist. Ein defensives lässt sich definitiv leichter handeln, auch für sein Team. Ähm, äh, so habe es ich jedenfalls immer gemacht. Immer von dem Offensiven, immer von dem Worst Case ausgehen. Nämlich das Sub-Select Brigaron. Wenn es nämlich das defensive ist, dann kriegt er einmal Leech Seed Damage auf, äh, Leech Seed Damage auf dich. Und das war's dann. Ja, also von dem her kein Problem. Immer mit dem Offensiven rechnen. Ähm, ja, Song wird sehr, sehr wahrscheinlich wieder das gleiche Set wie bei Timo sein. Spidev, äh, Leftovers. Dann, das Tanatora ist auf jeden, jeden Fall Shell Smash. Äh, mit Liquidation und dem Rockium Sea in der Stone Edge. Auf jeden Fall 100%. Ähm, Ähm, das Ding ist, zu der damaligen Zeit hat man noch Ikkyo gespielt. Ähm, mittlerweile spielt man Low Kick. Ähm, eventuell hat man ab und zu auch Grassnut gespielt, falls mal irgendwie das Occasional Gastro-Ron kam. Äh, war okay, kann man machen, hat man nicht wirklich gespielt. Grassnut würde ich also niemals damit rechnen, vor allem, weil er, weil er eben Brigeron hat, das eigentlich effektiv relativ sehr, so nice rein switchen kann. Ähm, ja, ich würde eher mit dem Low Kick rechnen, persönlich, weil ich den einfach besser finde, aber EQ gegen Registeel, also das Ding ist halt, Low Kick ist ein guter Midground, der tötet, beziehungsweise der O-Code Veridium einfach, ähm, kann aber gegen Registeel weniger, während EQ gegen Registeel mehr macht, aber Low Kick ist natürlich, ich glaube gegen Registeel Base 60, aber Tough Claw Booster, das heißt immer noch, dass es Base 72 ist, also auch nicht so schwach und EQ wird ja nicht geboostet, ne, also, ja, definitiv größterer Fan von Low Kick an der Stelle, aber der Rockium C ist sicher. Choice Graf Gardevoir, gleiches Set, was ich bei Timo gesagt habe, wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, muss man darauf aufpassen, ob Focus Blast oder Trick ist, obwohl ich hier tatsächlich eher Trick drauf sehen würde, weil er Celesteel als Switchen in Bronzong hat, genauso wie, äh, wie, 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 äh, äh, in Registeel, nicht in, nicht in, habe ich gerade Bronzong gesagt? Ja, weil er Celesteel als Switchen in Registeel hat, äh, von dem her denke ich, dass es okay ist. Und ja, Celesteel wird sehr, sehr wahrscheinlich, ähm, oh, das ist schwierig, normalerweise hat man den Z-Celesteel, äh, äh, gespielt, aber weil er jetzt mit Tanatora drauf ist und Tanatora spielst du niemals ohne Z, ähm, wird das entweder Backs oder Life Orb sein? Ich denke Life Orb, ich denke Life Orb, Nasty Plot, Nasty Plot ist einfach zu gut, um auf Celesteel zu passen, ähm, Specs, Celesteel ist sehr, sehr occasional, du brauchst, also Damage auf Celesteel juckt dich nicht, weil wenn du einmal schief angeschaut wirst, dann bist du eh tot, ähm, von dem her würde ich wahrscheinlich, äh, mit Life Orb Celesteel rechnen, mit dem Delegator, Nasty Plot und dem Dual Stab, eventuell spielt er auch keinen Delegator, sondern spielt, äh, Toxic oder, noch eine Hidden Power, Eis für zum Beispiel sowas wie Flygon, ähm, wäre definitiv auch eine Möglichkeit, aber ja, äh, das war meine, das war meine Team Analyse, so, jetzt mit dem Lead, ähm, wir sehen, er fängt mit, mit, mit Turtok Mega gegen, Song an, so, mit was würde ich denn leaden? Das Ding ist, wenn, äh, na, Timo rinnt auf jeden Fall die Orders Pferde, äh, von dem her, könnte Timo, eigentlich mit seinem, wohl Nona lieben, ich denke, das ist fein, wohl Nona bringt erstmal die Dürre auf, kriegt Damage auf allem, ähm, er hat Möglichkeiten, wie er am Vierer revengen kann, er hat auch noch das, äh, das Turtok, ja, das, äh, definitiv auch in Zerlese rein wechseln kann, obwohl Turtok natürlich auch grandios aussieht, mit seinen, äh, mit seinen Sets, ich denke, ich denke, ähm, ich würde hier ähnlich denken, ich denke auch, dass Timo sich das gedacht hat, ähm, das Turtok so gut ist, dass er sich das auf jeden Fall preserven will, ähm, Turtok ist eins der wenigen Monst, die einen Hit von Tanatora überleben, wenn es den sie verbraten hat, von dem her, muss er das auf jeden Fall preserven, wenn das Ding nämlich bei plus zwei ist, geht das durch sein Team durch, und die, äh, ja, die Opinion kann ich definitiv, äh, unterschreiben, ähm, bei dem lieben Timo, äh, ich denke, ich hätte mit Volnona angefangen, einfach um Tanatora zum Beispiel kein Setup zu erlauben, um, äh, einen Fireblast auf irgendwas zu kriegen, oder einen Solar Beam, und da, äh, Waterpulse nicht gespielt wird normalerweise, auf den Blastoise, und sowieso herabgeschwächt ist, ist es super, und Volnona ist außerdem sein bester Switch in den Blastoise, äh, neben, neben Rosarade, und Rosarade wird halt gechippt, also, definitiv, ich denke, ich würde mit Volnona anfangen. Auf Benes Seite, auf Benes Seite ist es natürlich ein bisschen kritischer, ähm, er könnte definitiv mit seinem Song leaden, ich denke nicht, dass es so schlimm wäre, er könnte aber auch mit Amphira leaden, ich denke, Amphira wäre sogar sein bester Lead gewesen, ähm, weil er einfach gegen jedes einzelne Mon von ihm, guten Damage rauskriegen kann, äh, gegen Gardevoir kann er sofort in seinen Song wechseln, genau wie gegen, äh, genau wie gegen Tyrantrum, das sind die einzigen beiden Monster, denen er wirklich gefährlich wird, und er kann einfach einen Fireblast abfeuern, oder eine Sub aufsetzen, oder eine Slutwave, je nachdem, was für ein Zetter ist, aber, ja, ich denke, ich hätte mit Zalettl angefangen, um Instant Druck aufzubauen, ähm, genau, ja, würde sagen, fangen wir mal an. So, und wir sehen ja hier den Lead schon angedeutet, im Startbildschirm, auch wenn er mir jetzt hier gerade wieder verschwunden ist, ähm, auf Razers Seite das Turtog, und weißt du es noch auf der Seite? Auf Razers Seite wastelt sich Bronzong, und auf Benes Seite das Turtog, das heißt, Bene hat hier direkt wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, kann er in der Fiestaura direkt gut angreifen, und Tarnsteine rauszulegen von Bronzong, wird sich nicht lohnen, weil eben das Turtog direkt mit der, mit dem Turbedreher arbeiten kann, das heißt, Bene ist schon von Anfang an eine kleine Vorteilssituation, aber Razer ist mutig, bleibt mit Bronzong dringend, und sieht hier die Megaentwicklung, mal gucken, ob Bene hier ein bisschen predicted hat. Ich denke wieder auf Toxic. Der Protect raus, einfach um mal ein bisschen zu scouten, aber nein, der Team entscheidet sich hier einfach mal, die Finstern auch zu tanken, ist ja ein Bronzong, ne? Ich weiß nicht, ob dieser Trade worth ist, natürlich Turtog, gefährliches Pokémon, das heißt Toxin. Also hier an der Stelle muss man schon mal sagen, ähm, der Trade war definitiv worth, ähm, wir haben auch an dem Damage gesehen, dass es definitiv ein, etwas speziell investierteres Bronzong ist, ansonsten hätte das, äh, ein Drittel gemacht, ansonsten hätte das 75% gemacht, und er wäre noch mit einem Viertel über. Ähm, gegen Full Spidev macht das, glaube ich, um die 50 bis 60, das heißt, wir wissen noch nicht genau, was das für ein, was das für ein Bronzong ist, ähm, aber ja, wir haben hier das Toxin, und, äh, das war worth, auch wenn Blastoise ab und zu, also wirklich ganz, ganz fringe, äh, mal den Refresh gespielt hat, um eben gegen Bronzong immer die Tarnstände verhindern zu können, äh, denke ich, dass es definitiv, äh, wert war, äh, das Toxin drauf zu kriegen, weil es einfach, weil es einfach der größte Threat für, für, äh, Timo war neben dem Tarnatora. Wird den sicher nicht gut von, aber Bronzong hätte einfach in, in viele andere Matchups auch gut rein wechseln können, also es hat genügend Ball, um auch gegen Tarnatora ein bisschen bestehen zu können. Genau das Pokémon ist es nämlich. Oder gegen Gardevoir, also da fehlt mir auch momentan so ein bisschen, ein bisschen die Antwort gegen, aber mal gucken, wie sich das neu entwickelt, wir haben die Überreste, glaube ich, gesehen, auf dem Bronzong, das heißt, ein bisschen Gegenheilen wird auf jeden Fall möglich sein, gerade mit einem Schutzschild, aber, äh, Bene macht das grandios, geht jetzt hier auf diesen Protect Hard rein, in Selesil, und wenn jetzt der Substitute kommt, oder der Renke spielt, Ja, das wird natürlich ganz schön fies, aber wenn jetzt Psychokinese kommt, warst du das natürlich mit Selesil. Jetzt kommen die Tarnsteine, also Razor hier sehr, 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 Also, hier an der Stelle wissen wir schon mal, okay, er ist entweder sie, ähm, aber kann er, glaube ich, wirklich wegen dem Tarnatora ausschließen, das heißt, wir sehen hier eigentlich, dass er probably, ähm, ein, 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 äh, Live-Obset ist, und dass, äh, Timo jetzt probably drin bleiben muss, wenn nämlich der Delegato kommt, dann, ähm, dann ist, dann, dann ist der gute, dann ist der gute Timo in einer sehr, sehr, äh, sehr der beschissenen Situation, um das mal so zu sagen, äh, von dem her denke ich, er muss das Bronzong abwerfen, wenn er einen Attacking-Woof hat, um das zu touchen. Ansonsten raus. Selesil hier auf plus zwei, what do? Es wird vor allen Dingen auch schneller sein, dass alles im genischen Team, außer wenn das Guard-Wire jetzt zum Beispiel einen Wahlstall trägt, aber hier wird sehr, sehr, sehr viel riskiert, und Bronzong direkt am Anfang verloren, natürlich die Tarnsteine rausbekommen, aber ich weiß nicht, ob das so worth ist, weil Bene eben einen guten Tarnstein entfernt hat, mit dem Tor-Talk, aber nun gut. Und ich meine, wie geil kann jetzt... Okay, damit haben wir jetzt effektiv confirmed, dass Gardevoir ist Garth, äh, mit dem Switch in, und das Tyrantium ist banded probably, ähm, von dem guten Timo, ähm, wie ich es auch schon prediktet hätte, ähm, ja, und wir haben auch gesehen, dass Amphira ist live, von dem her, ist, äh, jetzt auch bestätigt, dass das Tanatora definitiv den Z-Move trägt. Jetzt, ähm, Gardevoir einen möglichen Bronzong-Switch im Punishen, na klar, ne, der Trick ist am Start, aber willst du den Scarf jetzt weggeben, weil dann hast du nichts mehr gegen Amphira. Ja, ich glaube, das wird Razor auch nicht wirklich gut riskieren wollen, er will auf jeden Fall das Amphira weg haben, weil Plus 2, das muss weg, der Wechsel lohnt sich in jedem Fall, selbst wenn er hier, sag ich mal, in ein leeres Matchup reinwechselt, mit dem Bronzong, dann hat er immerhin das Amphira ein bisschen entschärft, und gegen Bronzong kann er ja selber, zum Beispiel sein, Volona reinholen, quasi das ähnliche machen, was Bene gerade gemacht hat, Setup, und dann einfach Druck aufbauen, bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt sehen wir auch einfach mal, wie wenig, oder wie billig der Bene für seine Tarnsteine jetzt hier wegkommt, der... Also, man muss jetzt hier auch sagen, ähm, jetzt, also, jetzt haben sie gerade gesagt, wie billig Bene für seine Tarnsteine wegkommt, es ist das gleiche Prinzip, wie vorhin auch bei Timo, das war genau das gleiche Prinzip, jetzt kommt Blastos rein, kriegt den Spin, kriegt die Dark Pulse, und am Schluss, ähm, steht Timo sogar besser, weil er den, äh, weil er den Damage, äh, nicht genommen hat, also, ähm, äh, oder? Oder, hab ich es gerade richtig gesagt? Ähm, ja, ich glaube, ich glaube schon, also er kann jetzt hier definitiv spinnen, ähm, beziehungsweise den Damage hat er schon genommen, aber er hat die Tarnsteine nicht weggemacht, das heißt, dadurch effektiv, weil er, wenn Bene jetzt hier die Tarnsteine setzt, ist er in einer besseren Position, er kann natürlich hier auf das Toxin gehen, ähm, ähm, aber sobald der Spin kommt, sind sie in einer sehr, sehr ähnlichen Position, er kann weiter Dark Pulse spammen, und meiner Meinung nach, hier für den Rapid Spin zu gehen, wäre ein Fehler, ähm, weil eben mit ziemlicher Sicherheit, äh, dass Bronzor jetzt das Toxin einsetzt, auf dem, auf dem Spin und, äh, die Tarnsteine zu removen, ist es definitiv nicht wert, und am Schluss sind sie dann in der gleichen Ausgangsposition, wie es vorhin war, also, von dem her, definitiv worth, ähm, und ja, dass Timo das sicher gespielt hat, war sein einziger, äh, seine einzige Möglichkeit, ich verstehe auch nicht, warum die anderen beiden Dites, ich, Steve war der eine, und ich habe keine Ahnung, wer der andere ist, warum die hier über den Trick geredet haben, das war ein kompletter Nonsense-Play, der einen in das Spiel instant verliert. Äh, naja, Bronzor sieht noch ziemlich frisch aus, während das bei Timo sich, ja, ähm, auf den Friedhof begeben hat. Genau. Die Frage ist jetzt, was wird von Razor kommen? Will der erstmal die Tarnscheine entfernen, die ihn gar nicht mal so extrem nerven sollen, oder will er in eine offensivere Gestalt wechseln und geht hier direkt auf die Finsteraura? Bronzor von Bene ist schon mal drin geblieben, also wir haben so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis vom Anfang, aber, oh, da sehen wir das Schutzt. Okay, erstmal ein bisschen scouten, vollkommen okay. Bene sagt, die Left Hours gönne ich mir, ich gucke einfach mal, auf was du gehst, Toro Dreher, auch jetzt nicht die aggressivste, ähm, die aggressivste Variante, und jetzt kann sich der Bene ja wirklich überlegen, ne, möchte ich in Briaron gehen, um hier eine Finsteraura abzufangen, oder möchte ich hier ein Toxin auf das Turtok bringen? Es scheint das Toxin zu werden. Auf jeden Fall. Und wir sehen einfach, wie ähnlich sich die Teams einfach sind, also, auch wenn einige Pokémon ausgetauscht sind, aber die Rollen sind fast identisch, das heißt, wir sehen den Anfang nur spiegelverkehrt, mehr oder weniger, ähm, Razor ist da glaube ich wesentlich schlechter weggekommen, als Biene jetzt wegkommen wird, weil ich... Er ist effektiv genauso weggekommen. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass da auf der einen Seite noch die Tarnstände liegen, und auf der anderen Seite 50% von dem Bronzong, gechippt wurden. Wenn wir jetzt aber Timos, äh, Team, äh, Teamkomp anschauen, dann sehen wir, er hat ein Rosarade, was gegen das Bronzong ganz solide ist, er hat ein, ein Volnona, und er hat dieses Turtong noch, was das Bronzong, äh, wie, die alle das Bronzong anschippen können, von dem her, denke ich, ist das, ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke tatsächlich sogar genau das Gegenteil, dass nämlich, ähm, Timo besser als Biene davon gekommen ist, in der Situation ist. Und ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall entweder ein Schutzschild erwarten, oder ein Wechsel. Weil alleine diese, ähm, diese andere Runde, also, beziehungsweise, dieser Toxin, die eine Runde vorher raufgekommen ist, als das in dem, ähm, gegenüberliegenden Matchup war, hat dafür gesorgt, dass Bronzong das Matchup auf lange Sicht auf jeden Fall viel, viel besser ausdollen kann, als wenn das Toxin mit einer Finsteraura getradet wird. Genau. Aber, wie schon eben gesagt, eigentlich ist das hier eine sehr, sehr ähnliche Situation. Warte, haben wir hier keine Dürre gesehen? Hollab. Hat Timo hier Flashfire wohl Nona am Start? Äh. 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 Ja gut, dann ist es auf jeden Fall Grassium sie, äh, wohl Nona, aber, warte, das will ich nochmal anschauen. Hat er wirklich keine, hat er wirklich kein Dings getriggert? Hat er, hat er wirklich keine Dürre getriggert, oder habe ich das einfach noch nicht gesehen? Nein, es hat keine Dürre getriggert. Es hat keine Dürre getriggert. Das ist sehr, sehr verwunderlich. Das ist wirklich sehr, sehr verwunderlich. Dann ist er definitiv der, hm, aber dann wäre es erst recht, okay, gut, ja, dann kann ich, dann kann ich den Gedankengang verstehen, warum er hier für den Renkeschmied geht. Ähm, er muss nämlich sein Grassium sie für das Sanaturo aufbehalten. Ähm, ähm, außer natürlich hat er die HP Grass. Äh, ich denke trotzdem, dass der, dass die, dass der Fireblast hier besser gewesen wäre. klar, er weitert das Turtog mit rein, aber er muss ja erstmal schauen, ähm, dass das Bronzong rauszuscaeren und kein Toxin auf sein, wohl Nona raus, äh, ja, rauszubekommen, weil, äh, das wohl nun am Momentan seine Wincon ist. Und, äh, ja, definitiv den Druck aufbauen kann, unendlich gut Druck aufbauen kann auf, äh, BNS Team. Dieser Toxin, der eine Runde vorher raufgekommen ist, als das in dem, ähm, gegenüberliegenden Matchup war, hat dafür gesorgt, dass Bronzong das Matchup auf lange Sicht auf jeden Fall viel, viel besser ausdollen kann, als wenn das Toxin mit einer Finsteraura getradet wird. Genau. Aber, wie schon eben gesagt, eigentlich ist das hier eine sehr, sehr ähnliche Situation. Statt am Vierer kam das Volnona rein, ebenfalls auf Renkelschmied und kann das ähnlichen Druck aufbauen wie am Vierer. Und dann wird wahrscheinlich auch von BNS Seite wieder das Gardevoir heinkommen, nachdem ein Pokémon untergegangen ist. Also, ähm, es wird gewechselt. Jetzt bin ich neugierig. Ich auch. Ich meine... Was kommt rein? Okay, das Amphira wird wahrscheinlich abgeworfen an dieser Stelle, weil ein Feuersturm offensiert, außer es trifft nicht. Das ist, das ist die Bitterheit. Sehr, sehr schade. Die absolute Bitterkeit. Sehr, sehr schade. Die Slut-Rave wird wahrscheinlich mit dem Toxin ausrechnen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Kommt auch raus. Also, ich gehe auch auf jeden Fall davon aus, dass Amphira hier besiegt worden wäre. Ja, so bulky ist Wondoran dann einfach nicht, dass es das auch noch tanken kann. Psy-Shock, okay, ne? Natürlich, das hat's doch gedenkt. Achso, deswegen hat er mit Toxin gesagt. Ja gut, ja, mit Toxin auf jeden Fall. Jetzt hat er halt, das Problem ist halt, dass, ähm, das Timo, ähm, mit wohl nur noch jetzt einen besten Checking, das, äh, Opposing Mega Blastoise verloren hat. Das heißt, das ist definitiv ein Problem. Äh, das Tana Toda ist jetzt auch zum Problem geworden. Das Bronzong ist auch ein bisschen mehr zu einem Problem geworden, weil die beste Anzahl, ähm, eben gestorben ist momentan. Äh, Ich denke, er wäre generell in einer besseren Position gewesen, wenn er einfach auf den Fireblast gegangen wäre, aber das ist, ähm, ich denke, beide, beide, äh, beide Wege wären ein Weg zum Erfolg gewesen. Dass der Fireblast natürlich gemisst hat, war kritisch. Ähm, das am Vierer wäre down gewesen, auf jeden Fall. Ähm, bin trotzdem noch ein bisschen verwundert, warum er keine Dürre gespielt hat. Aber es ist schon sehr ärgerlich, dass er an der Stelle seinen Fireblast gemisst hat. Ich habe gerade... Okay, und wir sehen, dass es wohl Nona Live Orb war. Das ist wirklich interessant. Dann war er wahrscheinlich... Lass mich überlegen, was war er denn für ein Set? Was war er denn für ein Set? Hm. Live Orb, Live Orb Bull Nona. Nasty Plot? HP? Da spielt man normalerweise keinen Psy-Shock drauf. Er hat auf jeden Fall keinen Solar Beam. Das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Das Set, äh, kenne ich so tatsächlich nicht. War wirklich, wirklich interessant. ... dass die Sonne gar nicht rausgekommen ist. Das heißt, Feuerfänge auf Wulnona? Tatsächlich, du sagst es. Aber das ist doch ganz klar ein, ähm, ein Error beim, ähm, Züchten des Pokémons. Das ist die Frage, das ist die Frage. Ist Sonne vielleicht gebannt im A.U.? Ich glaube nicht, oder? Nein, nein, nein. Also Sonne war, glaube ich, noch nie wirklich gebannt. Auf jeden Fall, in dem Meta, was da gespielt wird, ist es legal. Vielleicht hat er ja damit gehofft, ein gegnerisches, ähm, Wulnona... Sonne ist immer noch legal. Das heißt, äh, ja, in beiden Fällen, Sonne ist legal im A.U., im J.U. ist es gebannt. Ähm, soweit ich weiß, da ist die Dürre illegal. Aber, die haben es, glaube ich, retestet. Und, äh, dann ist es nicht durchgekommen. Aber, ja, von den Lower Tears, ähm, ist es nur im A.U. legal. Also, die einzigen beiden Tears, generell O.U. und J.U. Ähm, äh, O.U. und A.U. sind die Tears in den Sonne legal. O.U. auch ein bisschen auskontern zu können und dann selber die Sonne zu abusen. An der Stelle muss man auch wirklich sagen, dass, dass, glaube ich, er zu Razors, Razors zugute kommt, dass die Sonne nicht rausgekommen ist, weil jetzt zum Beispiel das Silvasser vollen Schaden macht und, ähm, wirklich viel... Also, jetzt muss man hier natürlich, ähm, okay, also, jetzt, dieser, dieser Play, dieser Play, ähm, verwunderte mich jetzt gerade ein bisschen in erster, in erster Linie. Ähm, er spielt nämlich A. Siedelwasser, äh, und B. äh, lässt es mich vermuten, dass er definitiv nicht die Sonne, äh, ja, ähm, die Sonne vergessen hat. Also, normalerweise spielt man, äh, Watermove auf Blastdorce plus Sonne niemals. Generell ist der Watermove eher, äh, ein Fringe, äh, ein Fringer Fall. Wir haben den Rapid Spin gesehen, die Finsteraura ist auf jeden Fall safe und jetzt wurde die Skordert. Das heißt, die Frage ist, hatte die Autosphäre oder den Ice Beam nicht? Ich würde eher darauf tippen, dass er die Autosphäre nicht hat, äh, obwohl das, wenn wir jetzt nochmal sein Team ganz kurz revidieren lassen, obwohl er dann sehr, sehr große Probleme gegen Snorlax hätte. Also, ist, äh, ist kritisch, aber, denke ich, denke ich, äh, ja, ist jetzt so, ist jetzt so. Aber jetzt wird auf jeden Fall der Ice Beam kommen. hätte das Volnone an der Stelle, wie es war, glaube ich, sowieso nicht gemacht, weil der Feuersturm wäre so oder so ein One-Hit-Kirror gegen das Amphira. Insofern, äh, vielleicht nochmal gut gegangen und hier auch die Verbrennung gegen das Briggerum getroffen. Fantastisch. Ein kleiner, schöner Bonus, nimmt man immer gerne. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Eisstrahl vielleicht sogar ausreicht, das Briggerum rauszunehmen und das tut er. Also, da muss man sagen, für Razer 2 relativ vernünftige Runden. Genau, also momentan ein sehr ausgeglichenes Matchup. Vier Pokémon auf beiden Seiten, so wie ich mir das notiert habe. Hoffentlich. Ja, und Bene hier, ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, äh, hat gerochen. Also, Bene hat selbst gesehen, dennoch, dass er Siede, Wasser und Eistrahl hat, ähm, kann er die Aurasphäre ausblenden. Das heißt, Timo hat auf jeden Fall keine Aurasphäre, weil dunkel, äh, weil finster Aura viel zu wichtig ist und kann jetzt hier for free, seinen Shell Smash aufsetzen. Und dadurch, ähm, dass die meisten Blastoises eben, äh, schnell sind, wird er das, äh, Tana Tora auch sicher outspeeden und ihn nicht ausmachen können mit einer finster Aura. Und jetzt? Also an Timo's Stelle ist es definitiv der beste Play für ein Siedewasser zu gehen, um das Tana Tora zu verbrennen. Ansonsten, denke ich, hat er sogar das Spiel verloren. An der Stelle. Jetzt kommt das, äh, Tana Tora ist raus. Optional natürlich auch der Dark Pulse Flinch. Also bei beiden, äh, wäre es valide. Eventuell. Eventuell, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, wäre probably der Dark Pulse, äh, besser. Es hat die gleiche Void Base Power wie das Siedewasser und der Flinch lässt ihn das natürlich so rausnehmen, während er selbst bei einem Burn immer noch im Monat verliert. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, finster Aura sein Play. Will er jetzt hier wirklich den Burn riskieren? Es ist schneller. Okay. Vor allem, gleich sehen wir auch noch das Item, ob es vielleicht, äh, Fokusgurt ist oder vielleicht auch das Schlohkraut. Mhm. Schlohkraut. Weil ohne Schlohkraut wird jetzt, äh, auch der Schaden. Okay. Er wird's wahrscheinlich gekalkt haben, so denke ich mir das. Ja. Also, ja, genau. Das ist das Ding. Ähm, genau das, was ich gesagt hab, äh, wäre Tanatora langsamer gewesen, dann hätte er definitiv den Hausbruch rausbekommen. So allerdings nicht, das ist eben sehr, sehr wichtig. Ähm, Timo hat anscheinend ein bulgigeres Mega Blastoise gespielt. Damit hätte ich persönlich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, muss ich definitiv sagen, vor allem von der Teamkomp, weil du normalerweise ein Blastoise nicht mit einem, äh, Bronzong spielst. Also ein defensives Blastoise nicht mit einem, mit einem Bronzong spielst. Ähm, und wenn du ein defensives Blastoise spielst, dann auch nur mit Wish Support. Und, äh, den hat er nicht. Den hat er nicht. Von dem her, äh, ja, ich kann Benes Play verstehen. Ich kann Benes Play definitiv verstehen, äh, warum man hier für den Haus begangen ist. Er hat den Sieg gerochen. Ähm, aber ja. Gut, gehen wir weiter. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Bin ich ganz ehrlich, weil... Gab's da keine Alternative zu? Brauchte er vielleicht den... Vielleicht sagt er sich, ich brauche den Chip Damage und dann gehe ich mit einem anderen Pokémon durch. Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen, äh, neben der Spur. Okay. Weil ich glaube, Tanatora hätte man noch auf jeden Fall sehr, sehr gut später einsetzen können. Das heißt, ähm... Gucken wir mal. Ich meine, der Bene macht nichts umsonst. Ne, da sind wir uns natürlich einig. Ja, deswegen. Auch ein Bene macht manchmal Fehler. Vielleicht hat er das Item vergessen. Vielleicht dachte er Schluck laut. Also ich denke, dass die, dass die beiden gerade einfach verwirrt sind, warum er das gemacht hat. Ähm... Die beiden wissen wahrscheinlich nicht, dass Tanatora das ohne einfach überlebt und dass, äh, die Auras Pferde das eben ausgeschlossen ist. Ähm, und er das ohne den Drop einfach überlebt hätte. Normalerweise spielt man, wie gesagt, Mega Blastus mit Max Speed. Das ist einfach, das ist einfach, ähm... Ja, gerade im Moment ist einfach, äh... Ein bisschen Verwirrung eben bei den beiden Kommentatoren da. Äh, Schluckraut easy, weil ohne den Special Defense Drop hätte Tanatora das, glaube ich, überlebt. Vielleicht hat er auch auf den, ähm, Switch irgendwie gehofft, weil er sagt, ey, ganz ehrlich, Razor, ähm, Stone Edge kill, geh mal besser raus. Also, ich verstehe gerade nicht, wo, äh, warum die beiden jetzt gerade über, über, noch, noch über das Tanatora, äh, halluzinieren. Ähm, ne, also, es war einfach eine Missprediction von Bene, er ist davon ausgegangen, dass Timo schneller ist. Das ist einfach so. Ähm, ansonsten, ähm, muss man jetzt hier sagen, dass, äh, das Gardevoir schon ziemlich threatening aussieht, ähm, während das jetzt Bene hier reingebracht hat. Er hat das Blastus mit rausgenommen. Das heißt, die Tarnstände sind jetzt hier, um zu bleiben. Ähm, Timo hat noch sein Bronzong, sein Rosarade und sein Tyrantium. Und, äh, effektiv heißt es jetzt für Bene, wenn er, äh, wenn er das, das Bronzong gut anchippen kann, in irgendeiner Art und Weise, und Bronzong ist definitiv kein Switch in, ab der Range, ab der es ist, in das Gardevoir, ähm, dann kann er definitiv damit das Spiel gewinnen. Also, ich denke, er wird jetzt alle seine Karten auf das, äh, Gardevoir setzen und, ja, er muss es raus wechseln. Naja, hat nicht ganz so geklappt. Okay. So, wo sind wir? Ich, ich muss mir wieder Sachen notieren, wer, wer wo gestorben ist. Toto klebt noch von Razor Seite, oder? Toto ist, aber wir sehen hier eine, ähm, Techniker Hit, auf das gegnerische Bronzong, und alter, Life Orb Roserade, was für ein fantastisches Punkt. Okay, okay, ähm, also dadurch, dass wir jetzt, äh, das gesehen haben, dass das Roserade Life Orb ist, wie gesagt, Kraftreserve spielt man nur mit Life Orb Roserade, ähm, dadurch wissen wir jetzt, dass er generell kein See hatte. Das, äh, Volnona war Life Orb, das Bronzong ist Leftovers, das Turtog war mega, das heißt, es ist auf jeden Fall, äh, Bene kann jetzt, äh, schon abzählen, es ist auf jeden Fall, Sie, Dragon Dance Tyranton. Pokémon. Sehr, sehr gut. Potenzial auch mit Stachler, also das hätte sich noch gut lohnen können, aber momentan gewinnt Razor hier, sehr, sehr zügig die Oberhand, auch wenn ich hier ein paar Verluste, da hinnehmen musste, aber, ich meine, Roserade ist noch da, Gardewaar ist da, Monagor ist da. Ich denke tatsächlich, dass es momentan, ein, äh, ein, ein 50-50 ist, zwischen, äh, Bene und, äh, Timo, äh, das Ding ist nämlich, Benes Play, oder wichtiger Play ist, wäre, wenn er auf der HP5 in sein Gardewaar geht, die HP auf Gardewaar sind absolut nicht meddernd, weil Gardewaar bei, selbst wenn, äh, wenn Tyrantrum auf plus 1 ist, immer noch ausbietet, ähm, da, ich glaube, Tyrantrum Base 71 ist, ich glaube, er ist Base 71, und Gardewaar ist halt eben Base 80, ähm, er muss jetzt effektiv, wenn er 50-50 eingehen, rechnet er damit, dass Timo das prediktet und für die Slutschbaum geht, oder geht er raus in Gardewaar auf der HP Fire, das ist effektiv jetzt seine, äh, Variante, die er eingehen muss, aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt ein 50-50. Sehr viel Offensive, und auf Benes Seite sehe ich nicht so viel gute Antworten dagegen. Es stimmt sich aus, ich meine, Scarf Gardewaar ist immer ein schönes Pokémon, aber ich weiß auch nicht, ob dieses Tutok jetzt hier wirklich, wirklich, wirklich drinnenbleiben würde, gegen das Roserade, denn Gigadrain wird, meine ich, auch auf einem Live-Obset immer noch gerne gespielt. Genau, und selbst wenn, wenn die, also ich gehe jetzt mal schon darauf aus, dass, ähm, ich falsch liegen könnte. Gigadrain wird normalerweise überhaupt nicht gespielt, auch auf einem Live-Obset nicht. Ähm, ich rechne jetzt hier tatsächlich mit einem Leaf-Storm, ähm, mit einem, ziemlich sicher mit einem Leaf-Storm, aber Gigasorger wird normalerweise nicht gespielt, aber wir haben auch Bulky, äh, Bulky-Turtok gerade schon gesehen, das heißt, ähm, ja, ich denke, ich würde einfach an Benes Stelle, an Benes Stelle wieder zurück in Bronzong wechseln. Der Gigasorger hier nicht ausreichen sollte, das Tuxin wird auf jeden Fall langsam, aber sicher das Turtok niederstrecken, und dann hat man einfach im Grunde nur noch das Gardewaar gegen Gardewaar Matchup. Muna Goras sollte auch irgendwie gegen das Bronzong bestehen, auch wenn die Attacken natürlich resistieren, aber mittlerweile ist das Bronzong auf einer Range, wo ein Kopfstoß hundertprozentig ausreicht. Das ist einfach sehr viel Schaden, da hilft auch keine Resistenz mehr. Ich wollte gerade sagen, ich meine, schön gespielt, dass er jetzt gesagt hat, also was die beiden natürlich auch noch nicht wissen momentan ist, dass die, dass ihre ganze Spekulationen, ähm, gegenüber dem Kopfstoß komplett irrelevant sind, ähm, weil eben das, äh, das Song wird geopfert, Gardewaar ist eine Winkung, das heißt, wenn Gardewaar stirbt, hat er sowieso verloren, und, ähm, ab dem jetzigen Moment müssen wir halt, wie gesagt, davon ausgehen, dass, ähm, dass das Tyrant MC ist, von dem her wird auf jeden Fall das, äh, Turtog outspeeden, außer Bene spielt selbst ein bulky, äh, Turtog, aber das weiß nur er selber, ob er, äh, ob er bulky Turtog spielt, aber normalerweise sollte das von keiner relevant sein, gerade. ...hat hier den Leafstorm, den predikte ich nochmal, den fange ich nochmal ab, aber, ich meine, wir sehen ja, Roserade muss nicht bei 100% Held sein, um gute Arbeit zu machen, das Ding muss einfach nur, ähm, nochmal mehr Leben haben, als Live-Up abzieht, und kann dann noch zwei Mons richtig über Druck setzen. Stachler hier auch geil prediktet von Timo, also der scheint hier gerade auch der Sonnensatz des Lebens zu sein. Der, der, der spielt auf jeden Fall hier nach... Naja, also ob jetzt der, der Stachler wirklich eine geile Prediction war, ich denke, ich denke, das war einfach von Timo ein, yo, ich hab dich prediktet, get over it. Also, ich denke nicht, dass die Stachler, äh, in irgendeiner Art und Weise maddern in dem Spiel, ähm, also sollten sie zu 90% nicht, aber, ich denke, das war einfach nur ein komplettes Dominance-Play, dass Timo einfach gesagt hat, yo, ich hab dich prediktet, einfach weil ich dich predikten konnte. Das ist halt, das ist halt schon, das ist halt schon ziemlich cool, ehrlich gesagt, das ist halt schon wirklich ziemlich cool. Bilderbuch, sehr, sehr schön, also, am Anfang gesagt hast du, die letzten paar Züge sind aber so gut zu seinen Gunsten ausgegangen und mit Roserade macht er einfach hier die maximale Effektivität. Und, äh, ich seh nicht wirklich, was man da noch machen könnte. Ben hat natürlich ein bisschen Pech, dass er jetzt hier den geringen Schaden der Psy-Wave bekommt, das hätte ich ja durchaus auch ausnoten können, aber, naja, muss er jetzt ein bisschen mit leben und gucken. Vielleicht macht sie ja der Psy-Shock-Crit auf Monagoras noch irgendwie wett. Ja, vielleicht. Also, Bronzong ist jetzt weg, die einzige, letzte gute Antwort gegen das Gardevoir von Razer und das läuft so ein bisschen, glaube ich, auf so ein kleines Damage-Rack. Also, momentan ist es tatsächlich so, dass, ähm, Timo, ähm, wahrscheinlich, also, an Timos Stelle würde ich jetzt definitiv, ähm, ich weiß gar nicht, 10% überlebt das, überlebt das, äh, Rosarade noch einmal Tarnsteine. Das, das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Ansonsten, ähm, ist Timos Play jetzt, wenn er wirklich Dragon Dance Tyrantrym ist, dann wird er jetzt Tyrantrym abwerfen. Dann ist es immer sein Play hier, auf den Moonblaster Tyrantrym abzuwerfen, damit, ähm, damit wir hier, äh, das Bronzong reinkriegen können. Bronzong ist ab dem jetzigen Moment Timos Win Condition, auf jeden Fall. Äh, er könnte natürlich auch Rosarade abwerfen, aber ich denke, Rosarade hat, wenn es Tarnsteine überlebt, gibt definitiv noch mehr Merit als, ähm, als, als das Tyrantrym, weil es eben das, äh, Blastor Sout bietet, was das Tyrantrym wahrscheinlich nicht tut. Raced hinaus, so Gadoir gegen Gadoir. Monagoas wird, glaube ich, keine gute Gelegenheit mehr bekommen, hier das Setup zu fahren. Insofern, ähm, ich glaube, das Gadoir von Razor ist noch komplett voll. Das heißt, auch da große Vorteile. Ja, ich meine, beide Gadoirs sind natürlich in der Lage, mit einem Healing Wish nochmal ein Pokémon wirklich... Warte, ich bin gerade blöd, er hat gar kein, er hat gar kein Bronzong mehr. Ich war, ich war gerade die ganze Zeit drauf, dass er noch ein Bronzong hat. Aber ja, gut, ähm, dann, hat der Stachler eventuell sogar gemattert von Timo. Hab, hab ich gerade falsch im Kopf gehabt, hab ich gerade falsch im Kopf gehabt. Ähm, okay, er ist jetzt bei ungefähr 56 Prozent. Es ist jetzt zwar ein Speedtile, ich denke, dass, äh, ja, Bene muss jetzt hier einfach weiter auf den Moonblast gehen. Das ist, äh, glaube ich, sein einziger Play. hier auf den Moonblast Special Attack Drop zu hoffen. Ich denke, das ist Bene's Play. Das ist über 50, mach das klar. Dass jetzt auf Bene's Seite das Game drehen wird, ich bin mir nicht sicher. So, vom Techniker wird das Guard War wahrscheinlich nicht profitieren. Okay, das ist over. Das ist dann over. Das wäre es jetzt, der, der, der Predict des, des Jahres. Und das reicht aus. Und ich glaube, das sollte das Match gewesen sein. Also, eine überraschende, schöne Wendung. Erst Bene, super viele Vorteile von Anfang an generiert und dann langsam ins Brückeln kommen. Also, man sieht schon, das kann sehr, sehr schnell, äh, auf die andere Seite rüber schwappen. Aber Razor hat das wirklich, wirklich nach Bilderbuch gespielt. Insofern, äh, definitiv. Da sollte sich niemand hier die Blöße geben. Ich bin mir auch sicher, sehr, sehr schöner Kampf. Ich bin mir auch sicher, dass der, sehr schöner Kampf. Ja, ähm, also, hier nochmal zum Kampf, äh, am Schluss, der Brainfart war natürlich grandios von mir. Ähm, nee, war auf jeden Fall der Play dann, das, äh, Ding abzuwerfen und dann in, äh, das Roserade abzuwerfen. Ich denke, es wäre sowieso doch Tarnstein gestorben. Ähm, wenn, ja, die Möglichkeit für Bene noch zu gewinnen wäre gewesen, wenn er, wie gesagt, mit der Moonblast, ähm, den Drop bekommen hätte auf Timo und dann noch den, zwei Speedtiles. Er hätte zwei Speedtiles gewinnen müssen und den Drop bekommen. Das wäre, Effekt, und, äh, Timo hätte keinen Drop bekommen dürfen. Das wäre die einzige Möglichkeit, äh, gewesen, wie Bene noch gewonnen hätte. Obwohl das vielleicht mit dem Drop von Timo Seite irrelevant gewesen wäre. Ähm, muss man schauen. Auf jeden Fall hätte gerade so oder so gesweept. Ähm, aber ja, wir haben hier einen Scarf gerade vor der Welt gesehen. Ich denke, also, wenn das Timo sieht, dann kann er gerne auch sein Team, äh, unten posten. Ich denke, dass das Tyrantium absolut gar nichts mehr gemacht hätte in dem Matchup, weil es einfach durch den Icebeam oder die Moonblast gestorben wäre. Ähm, weil es eben sie gewesen ist. Und, ja, ansonsten, äh, ja, hat der, hat der Stachler doch gemettert. Hat der Stachler doch gemettert. War das eine nice Prediction von Timo und nicht nur ein Ballsy Play, ähm, um einfach Dominanz zu zeigen. Äh, ja, muss ich, muss ich mich korrigieren von vorhin. Wenn er uns unten in die Kommentare ganz genau schreiben wird, warum er sich für diese Züge entschieden hat, denn, wie gesagt, der macht nichts irgendwie, um was zu verschenken. Er wird wahrscheinlich einen sicheren Predigt gehabt haben, den Razer einfach in seiner, sagen wir mal, spontanen Art, ähm, einfach mal nicht gemacht hat. Also, das ist halt einfach wieder eine falsche Aussage an der Stelle. Ähm, wir haben das schon jetzt dreimal gesagt. Ich sag's wieder. Tannatora ist normalerweise langsamer als Mega Blastoise. Timo wusste das. Timo ist drin geblieben, weil er wusste, dass er langsamer sein wird, als das gegnerische Tannatora. War der richtige Play, immer von Timos Seite drin zu bleiben. War aber auch der richtige Play, vom Bene davon auszugehen, dass der, dass, äh, Timo schneller ist. Äh, hätte er wahrscheinlich scouten müssen, mit seinem eigenen Blastus in der Art und Weise, um den Speedter einzugehen. Und, ähm, hat damit das Game gewonnen. Und da sieht man auch mal, bei Pokémon muss man auch manchmal einfach auf den guten alten Bauch hören. Ja, ich denke auch. Also, ich weiß natürlich nicht, wie das Tannatora aufgebaut war. Also, ich glaube, das hätte noch was machen können, gegen, so gut wie alle anderen Pokémon, wenn es den Hausbruch an einer anderen Stelle rausbekommen hätte. Die große Frage ist halt, kein Schluckraut, Absicht oder kleiner Fehler. Wer weiß. Genau. Ich meine, aus meiner, ähm, Ayo-Zeit kenne ich noch das, ähm, Z-Steinkante-Set zu gut, wo du einfach alles rasiert hast. Also mit Steinkante, ähm, Liquidität heißt es nicht. Liquidation, genau. Aqua-Durchstoß. Aqua-Durchstoß. Und einem Aerial Ace zum Beispiel, hast du wirklich eine grandiose Coverage. Hätte also durchaus auch ein Z-Set sein können. Also, Aerial Ace spielt man, wie gesagt, normalerweise nicht. Gegen die Fighting-Types reicht Liquidation aus. Liquidation ist auch stärker, als, äh, Aerial Ace, außer gegen Veridium. Und gegen Veridium gibt es mittlerweile eben die Low-Kick-Tag, die einfach besser ist. Aber, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, Razer hat sich das Ding hier verdient geholt. Auf jeden Fall. Ein sehr schön anzusehender Kampf. Wirklich gut. Und gerade, weil wir es ja noch nie zuvor gesehen haben. Also, man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass wir manchmal so ein bisschen, ein bisschen sprachlos waren, weil wir einfach gerade mitgefiebert haben, weil sich alles komplett anders entwickelt hat, als es am Anfang so aussah. Das ist richtig geil. Dafür kommt man hier hin. Dafür kommt man hier hin. Also, wenn wir Spaß haben, ist es, glaube ich, ein guter Indikator, dass ihr potenziell auch Spaß hattet. Hoffen wir jedenfalls. Genau. Und deswegen, lasst uns in den Kommentaren, deswegen auch ein Feedback da. Sagt mal, was ihr geil an dem Kampf findet und was nicht. Und ich würde sagen, bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Kampf. Bis dahin. Bye, bye und ciao, ciao. Adios. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer es ist. Wer ist das? Wer ist das? Warte, ich schaue mal ganz kurz nach. Ihr habt jetzt ein Blackscreen. Es ist Conficanto. Achso, es ist Conficanto. Okay. Ja, die unbekannte Person ist Conficanto. Ja, nämlich, war auf jeden Fall ein solider Kampf. Ich werde hier nochmal ganz kurz hier das einblenden. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Kampf von den beiden. Gab, hat mir besser gefallen als der gestern. Waren keine großartigen Missplays dabei. Was mich ein bisschen negativ ist, mein eigener Brainfart, dass ich dachte, dass Timo, Timo Song noch lebt und einfach das Gardewaar komplett ausgeländet hat. Timo hat einfach zweimal Bronzone gebracht und kein Gardewaar. Also, das ist doch klar. Hat sich Species Clause gebrochen. Ne. Genau. War ein sehr, sehr guter Kampf. War nur ein Miss-Read dabei. Ansonsten wunderschön. Genau, das war es dann von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Lasst mir eure Kritik nochmal in den Kommentaren da. Unten, da, da, da unten, genau, genau da. Genau. Und wir sehen uns dann morgen, ich werde bei dem guten Barry aufnehmen. Ich hoffe, das passt alles, dass es dann noch morgen relativ pünktlich kommt. Morgen wird es auf jeden Fall später kommen als heute. Aber, ja, genau. Von dem her, haut es rein, viel Spaß heute noch und bis morgen. Ciao. Ciao.